hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video heute zeige ich euch wie ihr euren mycraft skin ändern könnt dazu geht ihr auf google und gibt ein mycraft skin editor dann seht ihr hier mycraft skin editor auf den klickt ihr drauf und jetzt könnt ihr euch entweder euren eigenen skin so designen oder geht auf top und könnte ich hier jetzt einen richtig schönen skin aussuchen entweder ihr sucht euch jetzt hier einen schönen skin aus dann geht ihr hier drauf geht auf upload to mycraft net und jetzt könnte ich hier euren ausgewählten skin hochladen davor müsst ihr euch normalerweise noch einmal in ihrem profil anmelden das hatte ich aber eben schon mal gemacht dann geht ihr auf hochladen nachdem das gemacht wurde ist euer skin auch schon in mycraft hochgeladen worden und er wurde geändert wenn ihr ein skin eigens design wollt geht ihr auf editor designt euch ein skin irgendwie dann geht ihr auf download dann wird das hier gedownloadet nun hattet ihr euch eben ja eure datei gespeichert jetzt geht ihr auf datei auswählen und nun wählt hier eure datei aus und ladet diese auch hoch ich hoffe euch hat dieses feine kleine tutorial gefallen dass es mich wissen mit einem like und einem abo und dann bis zum nächsten mal und ciao leute